fahr mal dort hoch und dann fahr mal dort rüber ganz ehrlich die wir sind am start das fährt jetzt einfach straight up hier runter das schiff ist mir egal wenn es kaputt geht muss man halt ein neues bauen ist mir auch egal du machst das genau du drei kriegsschiffe unterwegs kommt fangt jetzt das schiff dort ab genau wir haben es noch mal versenkt kross kross und wir haben nach wie vor nichts gefunden was mir was bringen könnte also vielleicht hier noch ist auch noch mal ein berg dort hinten aber wir haben einen esel surprise das schiff kann sogar doch das fährt einfach hier und vielleicht würde ich weiß gar nicht ob kriegsschiffe repariert werden wenn die angeschlagen sind so wenn wir jetzt noch eine erzählen würde was ich für diesen doofen esels kann hier brauche brauche ich ja pioniere brauche ich hier schaufeln und pioniere macht das mal obwohl kommt doch attacke könnt ihr bitte einfach das schiff angreifen besonders das eine schiff soll wegfahren und das andere soll weiter angreifen ach die sind so behindert ok jetzt so so nichts super genau jetzt machte das noch kaputt schön und das schiff ist ja angekommen ok perfekt dann machen wir jetzt hier pioniere hier hier war es auch noch ein berg ich würde das gerne transformieren den kann aber anscheinend ist mir das nicht möglich ist halt noch ein berg ah ok das ist der berg hier schön ja dann läufst du hin ok und du läufst findet ja dort nur kohle dann ist ja warum geht das denn nicht ist denn das problem von dein problem man er kann doch nicht sein so bist du kannst hier hin ist gar nichts so aber hier dürfte auch nichts mehr sein ja es kommen halt wieder drei schiffe ihr kidding wir haben gold gefunden hier würde bitte bitte einfach nur dieser doofe wagen das machen was er gerne oder was ich gerne hätte zum beispiel dich zu verwandeln vielleicht ne magst du nicht warte mach ich hab ja auch nicht mit der esel gemacht ne stoppen ach diese funktion die ist so toll wie sie funktioniert und das wird gold das finde ich auch überhaupt ne lustig gar nicht ne finde ich gar nicht lustig ne 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 du ne v h f h um v 식 thì dass Jetzt habe ich genug Stuff. Danke. Zehn Pioniere brauche ich insgesamt. Habe ich zehn Pioniere? Nein, es fehlen mir fünf. Dann bauen wir das später hier noch mal hin. Habe ich zwei Hammer? Okay, ich habe alles, was ich brauche, theoretisch hier. Bis auf, dass mir dann Spitzhacken fehlen werden. Was haben die Geologen? Ne, die Geologen haben auch Hammer. Hm. Doof. Nein, das ist, das ist gerade, das ist passiert gerade nicht. Okay. Stopp. Stopp. Du wirst nur dort Bäume fällen, du wirst auch nur hier Bäume fällen. Genauso wie du nur da Bäume fällen wirst und du auch nur direkt dort Bäume fällen wirst und ihr werdet hier nichts mehr pflanzen. Ich bekomme das heute jetzt nicht wieder raus, das Schiffel. Ich glaube, dann flippe ich aus, aber komplett. Mann. So, gab es jetzt irgendwas Geiles zum Stibitzen auf der Karte? Das Ding ist, ich baue eine neue Siedlung. Ich habe keine... Aber, äh... Äh... Warum möchte der Ochsenkarren nicht fahren? Das ist schon wieder zu viel des Guten. Hm. Hm. Äh, äh... wollen wir zu wenig drin und ich habe es nicht gerafft aber hier ist ja noch mal zwei na gut leute ihr könnt hier wieder machen da das ja alles ein bisschen doof gelaufen ist Okay nehmen wir an wir bauen die wirtschaft da drüben jetzt nie auf Ich muss was probieren kann ich mit dem die Wo ist er hier kann ich mit dem dieb mein eigenes zeug klauen Naja Macht dann Schade Dann kannst du dich wieder zurück verwandeln dann bist du nutzlos Dann brauchen wir mindestens zwei wegen würde ich sagen Und da brauchen wir dann noch ein esel Und dann bräuchten wir eigentlich was haben wir denn was bekommen wir denn wir haben hier null werkzeuge da Wir haben acht noch was was haben wir denn hier sind sechs das acht ist doch doch das kann ich bauen das kann ich bauen aber wir haben keine spitz sagen Das heißt es bringt mir schon mal gar nichts Irgendwo was gab es in irgendwas welche was habt was ich mitnehmen kann Entweder bin ich geradezu doof dafür oder Ich hab hier irgendwo gold übersehen aber So wie viele haben habe ich nicht mal das 1 2 3 4 Geologen und die 4 geologen wird jetzt alle noch mal in die berge schicken die seine komplett ausgraben Aber irgendwie es kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein dass ich hier komplett das Jetzt vertrödelt habe Na der esel geht hoch So Na schade bekomme ich auch nicht rein Ist halt nirgendwo was Und jetzt sagen wir da Oh hier liegt eine spitze oder so ich kann hier mit irgendetwas anfangen aber Dem ist ja nicht mal so Dem ist halt einfach nicht so Ich brauche Hämmer Ich brauche Hämmer So Ups, dann hält ich euch Dort ist einer Und hier ist der andere Kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Du kannst hier gleich nochmal 2 Hämmer mehr machen Und dann nochmal 7 Schaufeln Dass wir nochmal 1, 2 machen können Das ist doch alles nicht wahr, oder? Das ist doch alles nicht wahr, oder? Alter Alter, das passiert hier gerade nicht wirklich Das passiert hier gerade nicht wirklich Dass diese Idioten dort nie reinkommen Ohohohohoh Ohohohoh Ohohohoh Es tut doch weh Und einfach nur noch weh So und hier ist halt gar nichts genau Hier war auch nichts Hier habe ich jetzt die Faxen auch dicke Ohohohoh Ohohohoh Es fährt Ich raste ja komplett aus Ich raste ja komplett aus Okay Aber das hilft mir nach wie vor nichts War ich habe Ich habe weder eine Axt Ich habe weder Ich habe Ich habe gar nichts Was will ich denn damit machen eigentlich? So ich kann jetzt auf das Boot stellen Alter wenn Nein Wenn du jetzt stags Dein Glück Dann warte ich jetzt hierfür noch in Esel Wer noch mal so einen Wagen machen Wer beide rüber fahren Oder ich werde den jetzt schon rüber fahren Und wer dann feststellen Hm Ja Schön dich zu haben Aber Ein bisschen useless ne Weil die Insel bringt mir gar nichts hier ne Ne Ja wenn jetzt hier irgendwo noch eine Insel drin ist Wo jetzt irgendwas ist aber Weiß es nicht Ich weiß es einfach nicht Die graben jetzt hier alle ne Genau da haben wir den nächsten gebaut Dann Können wir von mir was noch eine bauen Ist halt egal Ist halt nirgends wo was Ja da kommt auch jetzt angewatscht Und hier ist halt auch nichts Jetzt Doch der hat das Schiff glaube ich geheilt ne Eventuell wäre Dezent jetzt auch Eine Flasche Ion So etwas angebracht So etwas Jetzt macht ihr keine Spuren Jetzt fahrt doch einfach aneinander vorbei Ihr derbarten Schiff Ja fahr halt auch noch in das Schiff rein Ich bin jetzt ein bisschen frustriert von der Mission War das halt Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Dings wäre cool Diese Obis Wie heißt die? Ja die kann ich halt nie herstellen Die hier Die Saboteure Oder? Kann ich die Saboteure herstellen? Also ich sehe schon mal nie Hier nie Hier nie Nee Nee Er macht noch einen Wagen voll damit Das muss ja noch was sein So So Was ist da dran so schwer Ist die Idioten Einfach wegzufahren Ausladen So Ausladen Eigentlich müsste ich dann mit Handelsschiffen und einer Werft Werkzeug rüberfahren Das wäre halt eine Idee Aber das wäre halt wieder einfach Das würde halt wieder einfach Maß Sowas von sprengen Und dann halt am besten auch von hier hinten irgendwo Ob ich hier noch Soldaten rumstellen Hier ist einer Hier ist auch noch einer Und jetzt tut ihn gerne Hier ist auch noch ein Stein Auch klar Hm Hier die Füße hochheißen Die Minen Dann war es das Dann ist Over So Ich habe hier Acht Pioniere Ja Nee Ich kann halt nie mal die Mine bauen Weil der gibt dir halt bloß einen Hammer Der Typ Weil ich die hier brauche Ja Ein Hammer Schön Schön Aber die kann ich Nicht herstellen Ähm Ich kann den Turm hinwohnen bringen aber auch nichts Ich kann den Turm hinwohnen bringen aber auch nichts Ein Handelsschiff brauchen wir dann Hier kommt jetzt der letzte Stein rein So Bauen hier die Kriegsschiffe und das hier hinten Bitte danke Das kann weg hier Zack Zack Passt Passt Hoffe ich Oder auch Nee Ich habe hier Ich habe selbst hier zu wenig Holz Ich habe keine Ahnung wie das hier werden soll Ich komme ja auch irgendwie nie dort rein Ich komme ja auch irgendwie nie dort rein anders ne Ich werde ihn von mir aus jetzt nochmal komplett durchsuchen aber Aber Wird es halt auch nichts besseres mehr geben So Genau Könnte das verbinden Dann brauchen wir halt eine Werft Und dann brauchen wir Spitzhacken Zwei Stück Alles Holz Alles Stein Obwohl nicht eine Spitzhacken reicht Wir schicken einfach Kohle rüber Für den Tempel Dann müsste das passen denke ich hoffe ich Also wir machen das jetzt einfach so So Aber hier kommt hin Eine Goldding So Ihr hört jetzt auf hier mit Graben Hier drüben muss gegraben werden So Dort kurz das So Dann Du hier Dann nehmen wir Diesen Covernal Dann Der wandert dann mit rüber Ich habe hier zwei ganze Kriegsschiffe Und eine Dingsbums Das fährt jetzt dorthin So Sagt mir dass ich hier einen Hafen bauen kann Ich kann einen Hafen bauen Wir bauen den Hafen Schnell bitte Danke Danke Da brauche ich sogar den Turm nicht mehr Da brauche ich sogar den Turm nicht mehr Ja da kann ich hinten auch einen Hafen bauen Ja So Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen Wo habe ich Platz Um den Tempel hin zu bauen Also hier unten in die Richtung Wenn dann Hier so Wohl selbst da auch Ne Ach man Jetzt habe ich ja keinen Platz Hier ist eventuell Platz Ne Ist hier Platz für ein Tempel? Jetzt hier nichts weiter kommt Ja Dort ist Platz für ein Tempel perfekt Jetzt hier nichts weiter kommt Da bin ich perfekt vorbeigefahren In dem ganzen Unsinn Da bin ich perfekt vorbeigefahren Warte Habe ich ja mehr rüber geschickt? Dort liegen 5 Dort liegen 5 Liegen auch 5 Ha Hat anscheinend ein bisschen mehr rüber geschickt Okay Das ist ja auch nie so verkehrt Weil Dann können wir nämlich hier schon mal Einen Ähm Ja doch Oder 2 Bauarbeiter machen Voraus ist jetzt halt jemand Bock Muss natürlich niemand So dass das ankommt Ist schon mal ein gutes Zeichen Ach du darfst noch nie wieder Du wartest noch auf den Dongimon Jetzt darfst du Wir haben keine Steine mehr Wir sind halt Wir haben keine Steine mehr Wir haben Keine Steine mehr Och Ist das blastend Okay Dann Ähm Vergesst das hiermit Wir müssen das hier drüben so groß machen Die Frage ist Kann ich Wie in Siedler 3 Die Rohstoffe einfach dort hinschicken Weil wenn ich das nie kann Dann bin ich geachtet So das brauchen wir hier nie mehr Das kann jetzt weg Der Turm kommt jetzt weg Wir müssen jetzt alles was uns Steine gibt Muss uns jetzt Steine geben Zack Zack Du kommst weg Du kommst weg So Es gibt uns alles Stein Also Ich glaube halt Nitran Ich lasse die mal noch stehen Das ist auch Müll Oh